Outlast 2 Demo Yo Leute, was geht? James Lee hier und nun mit Outlast 2 Demo. Na, starten wir mal. Outlast 2 ist echt cool, viele Leute werden es wahrscheinlich, ein paar Freunde werden es wahrscheinlich anschauen, ein paar wiederum nicht, aber wir werden es schon sehen. Fuck, Alter, es ist wirklich schon gruselig. Oh Gott! Oh Gott, ich bin das ein hab. Oh Gott! Oh Gott, ich bin die Möglichkeit! Oh mein Gott Oh, für'sache Ach du scheiße Lynn Lynn Hello I'm lost and hurt her 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 Is anyone there? I'm lost and hurt her Das war bisschen laut Wer ist das? Oh, verdammt nochmal, da war jemand Jesus Das sind die ganze Zeit Leute Ja Ja Ich hoffe ich kapiere nicht Ich lese Ich lese Ich lese Okay. Oh mein Gott. Ich bin so gruselig. Nein, da geh ich mal nicht. Soll ich dir das Fenster aufmachen? Ich bin mir nicht sicher. Boah. Scheiß Vogel. Immer schön zu machen. ... ... ... ... An der Schuh in der Kleine Art Schaft echt klein es sind sehr viele kreuze wie man sieht der ganzen stadt ich rein mal ach du scheisse ach du scheisse ach du scheisse das sind ja babys auch scheisse raus einfach raus einfach schnell raus okay ich sage nicht dass ich ein bisschen angst habe aber schauen wir mal in den brunnen okay jetzt bin ich in einem geilen lüftung schafft okay gehen wir den lüftung immer den lüftung schacht entlang nein wer hat noch angst dass irgendwas im lüftung schacht passiert ich halte ich halte die ganze zeit stimmen eine frechheit das spiel macht echt laune aber wie es aussieht nein das schlimmste ich bin in einer schule es gibt nichts gruseliger ist aus einer schule aber es sieht eindeutig aus wie er sieht es sieht eindeutig aus wie eine privatschule gut dass es ich bin gerade bei den spenden ok hier sind sehr viele spende sehr sehr viele spende ich wechsle mal die batterie ich werde was bei den spenden passiert irgendwas es passiert immer bei den spenden irgendwas das ist immer so und ein komisches gruseliges lachen nicht gut nicht gut ok hingehen oder weg gehen hingehen oder weg gehen oh nein das gruseligste in die spieldose aufheben und jetzt oh mein gott oh mein gott es kommt wirklich was raus ich werde was es kommt was raus trotzdem mein puls vibriert oh nichts passiert nichts passiert da war ein sch... oh da war was da ist was da ist was oh man wallrider 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 ich habe den wallrider oh nein 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 bitte wallrider ok wo oder wo wo vor wo aha beste das war großlich gleich keine batterien mehr ohje ich finde irgendwie keine batterien mehr auch nicht schlecht ein kleines mädchen kleines mädchen ja das war wohl die leere die 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 Oh nein. Oh scheiße, da ist Meichfeld. Schnell, schnell, schnell. Da hat er nichts. Oh nein. Komm schon, rein bitte. Bitte krepier mich jetzt nicht, Läufer. Rein, 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 rein. Rein bitte rein, komm schon, rein, 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 rein. Oh mein Gott, komm schon, fertig. Puh. Oh nein. Oh. Nicht in die Augen. Oh. Oh. Ja, deine Gedanken sind so gut, aber du musst dir etwas sehen, dass du nicht mehr auf den Weg hast, ich wache, ich bin psychisch. Okay, die Demo war echt nice. Kaufen wir uns das Regionalspiel. Dann wird's los, Digga. Ja, deine Gedanken sind so gut, dass du nicht mehr auf den Weg hast, du nicht mehr auf den Weg hast. Ja, deine Gedanken sind so gut, dass du nicht mehr auf den Weg hast, du nicht mehr auf den Weg hast, du nicht mehr auf den Weg hast.